Für Europa ändert sich also in jedem Fall etwas, wenn der Transatlantiker Joe Biden das Weiße Haus verlässt. Zwei Wochen nur noch bis zur Wahl. Donald Trump versucht den Wählern, seine Politik schmackhaft zu machen, wie hier an der Fritteuse bei McDonald's. Gut verkaufen konnte er sich schon immer, weshalb er wohl weiter gute Chancen hat, trotz etlicher Verurteilungen und Entgleisungen zurück ins Weiße Haus zu ziehen. Und viele fragen sich in diesen Tagen, wer zieht da alles so mit ihm ein? Große Spender und Lobbyisten haben immer schon die US-Politik geprägt, bei Demokraten und Republikanern. Doch mit Elon Musk lenkt nun der reichste Mann der Welt Trumps Wahlkampf mit, Kerstin Klein. Eine Million Dollar. Seit dem Wochenende verlost Elon Musk täglich einen solchen Check. Der Kniff, wer gewinnen will, muss in einem der umkämpften Swing States leben und als Wähler registriert sein. So will Musk Unentschlossene mobilisieren. Umstritten, ob das legal ist. Der Multimilliardär hat eine Mission. Donald Trump ins Weiße Haus zurückbringen. Er tritt mit Trump auf, pumpt Millionen in dessen Wahlkampf. Kämpft und wählt, ruft Musk. Kein anderer Superreicher hat sich je so sehr in eine US-Präsidentschaftswahl eingemischt. In etlichen Bundesstaaten können Wähler schon jetzt abstimmen. Zwei Wochen vor dem eigentlichen Wahltag könnte das Rennen kaum enger sein. Harris und Trump gleich auf. Beide Kandidaten jetten unermüdlich durch die USA. Trumps Botschaft? Harris und Biden hätten das Land zugrunde gerichtet. Nur er könne es retten. Wenn ihr dieses Desaster beenden wollt, müsst ihr wählen gehen. Wir werden diese dummen Leute verjagen. Kürzlich stellte sich Trump für wenige Minuten bei McDonalds an die Fritteuse. Verteilte Pommes an handverlesene Fans. Ein inszenierter Auftritt, kritischen Interviews, weicht Trump aus. Bei dieser Fragerunde ließ er nach einem Sanitäter-Einsatz fast 40 Minuten lang Songs von seiner Playlist spielen. Die Fragen der Wähler blieben unbeantwortet. Kamala Harris setzt im Endspurt verstärkt auf Republikaner wie Liz Cheney. Country over Party lautet ihre Botschaft. Die Zukunft des Landes sei wichtiger als die Parteizugehörigkeit. Wollen wir einen Präsidenten, der im Amt Vollzeit-Rache-Pläne schmiedet? Oder eine Präsidentin, die sich um das amerikanische Volk kümmert? Harris hat sich kürzlich auch einem Interview bei Fox News gestellt. Trumps Haussender. Und sie hat prominente Unterstützer. Stevie Wonder singt für sie. Barack Obama absolviert Wahlkampfauftritte in umkämpften Bundesstaaten. Am Weißen Haus wird bereits alles für die Amtseinführung im Januar vorbereitet. Wer dann hier einzieht, scheint offener denn je. Einziehen wird nicht zwingend der Kandidat oder die Kandidatin mit den bundesweit meisten Stimmen. Es kommt auf die einzelnen Bundesstaaten an. V.a. auf die sog. Swing States, die mal Demokraten, mal Republikaner wählen und die ausschlaggebenden Stimmen bringen können. Wie wir auch auf der Tagesthemenreise unserer Korrespondentin Gudrun Engel durch die USA sehen. Heute bei ihrem Besuch in North Carolina, an der Ostküste der USA. Traumhafte Landschaften und heiße Pisten sind in dem Bundesstaat nicht weit voneinander entfernt. Buh! Süßes oder saures? Gottes Glaube und Familie. Trump und das Weiße Haus. Autos und Amerika. Es gibt Dinge, die gehören einfach untrennbar zusammen auf der Rennstrecke von Swansboro, North Carolina. So ist das hier im Süden. Das ist unsere DNA. Auch die Autos gehören zur Community. Ein Jahr lang hat Abigail Reimer an ihrem Auto geschraubt. Das war mal ein Honda Civic. Jedes Wochenende treten sie hier an. Fast alle Weiße, die ihr Geld mit ihrer Hände Arbeit verdienen. Und alle erzählen, der Benzinpreis treibt sie um. Und der bestimmt auch, wen wir wählen werden. Vor 4, 5 Jahren haben wir eine Galone Benzin für 1,15 Dollar getankt. Heute zahlen wir 3,70 Dollar. Die Sympathien deshalb hier deutlich bei Trump. Inzwischen wählen 2 Drittel aller weißen US-Amerikaner ohne Hochschulabschluss die Republikaner. Auch Familie Wade Cronkite. Für sie ist die Rennbahn so was wie ein 2. Wohnzimmer. Hier entspannen sie, versuchen auch sonst gut, über die Runden zu kommen. Die aktuelle Regierung hat uns diesen Green Deal eingebrockt. Sie wollen Elektromobilität fördern. Wir wollen aber keine E-Autos. Wir wollen niedrige Benzinpreise. Starker Glaube, ein traditionelles Familienbild, konservative Werte. So tickt der Süden der USA fast überall. Janet und ihre Tochter Tracy nehmen uns mit in ihre Baptisten-Gemeinde. Hier wird die Bibel wörtlich genommen. Eine Familie besteht aus Mann, Ehefrau und Kindern. Der Pastor, eine moralische Instanz. Sein Wort hat Gewicht. Denken Sie bei Ihrer Stimmabgabe an die nächste Generation und an die Nation, in der sie aufwachsen soll. Eine Nation, die Rechtschaffenheit schätzt, statt eine, die das Böse fördert. Mir wird klar, das Böse schreibt er den Demokraten zu, die für ein liberales Weltbild eintreten, wie etwa das Recht auf Abtreibung. Nach dem Gottesdienst wieder Autorennen, dieses Mal im Fernsehen und dazu traditionelles Sonntagsessen. Jedes Wochenende kocht Janet Wade für die ganze Familie. Die stark gestiegenen Lebensmittelpreise machen ihnen zu schaffen. Unter Donald Trump als Präsident sei das Leben günstiger gewesen. Die Preise sind nicht nur höher jetzt, in vielen Packungen ist außerdem auch weniger drin. Ich nutze beim Einkaufen Rabattgutscheine, die Geschäfte anbieten. Mit diesen Rabatten kann man Geld sparen. Harte Arbeit, Disziplin, Sparsamkeit. J.C. Wade hat sich hochgearbeitet, auch ohne Schulabschluss aus sehr einfachen Verhältnissen. Erst als er 6 war, wurde die heimische Farm an das Stromnetz angeschlossen. Erst mit 16 hatten sie fließend Wasser. Jetzt, mit 81, hat er eine beeindruckende Karriere hinter sich. Komplett ohne Unterstützung vom Staat, sagt er. Der soll sich raushalten. Ich habe in meinem Leben nichts geerbt. Ich habe von niemandem etwas bekommen. Was wir besitzen, haben wir uns hart erarbeitet, gespart und dafür bezahlt. Und das ist nichts Besonderes, das nur ich geschafft habe. In diesem Land hat jeder diese Chance. Eine Variante des American Dreams, des amerikanischen Traumes. Jeder kann es schaffen, aus eigener Kraft. Donald Trumps Make America Great Again verspricht ihnen genau das. Und meine Kollegin Gudrun Engel erreichen wir jetzt in Rocky Mount in North Carolina. Gudrun, du stehst vor einem Wahllokal, das bereits geöffnet hat. Was beobachtest du da? Es ist richtig viel los. Wir waren heute im Lauf des Tages bei mehreren Wahllokalen. Und zum Teil haben sich sogar Schlangen gebildet. Jetzt schon zwei Wochen vor dem eigentlichen Wahltermin. Die Wahllokale haben schon geöffnet, weil man eben nicht will, dass alle 150 Millionen Wählerinnen und Wähler an einem Tag kommen. Und dass dann eine logistische Herausforderung wird. Und hier wird Wahlkampf gemacht auf den letzten Metern. Bis zur Eingangstür sind die Schilder gestellt. Es gibt Kandidaten, die da noch stehen und den Wählern direkt beim Reingehen noch sagen, bitte stimmt für mich ab. Weil ja nicht nur für den Präsidenten abgestimmt wird, sondern auch für alle möglichen anderen Ämter. Die Behörden bestätigen tatsächlich, dass es noch nie so eine Rekordbeteiligung gegeben hat, so früh vor der Wahl. Hier in North Carolina haben schon eine Million Menschen ihre Stimme abgegeben. Und in den gesamten Vereinigten Staaten schon 18 Millionen Menschen. Wer seine Stimme abgibt, kriegt hinterher so einen Sticker. I voted. Die sind schon an einigen Stellen ausgegangen. Und für Erstwähler wird tatsächlich geklingelt. Was wir auch erfahren haben, die meisten, die ihre Stimme früh abgeben, sind tatsächlich Anhänger der Republikaner. Donald Trump hat sehr stark dafür geworben, früh zur Wahl zu gehen. Und das scheint zu funktionieren. Ja, Gudrun, und auch in den Umfragen, wenn wir da auf die Swing States schauen, da liegt Donald Trump inzwischen leicht vorn. Warum kommt er besser bei den Wählern an, während Harris an Zuspruch verliert? Mein Eindruck ist, das liegt ganz klar an den Themen, die er anspricht. Denn ich habe mit vielen Trump-Unterstützern gesprochen, auch welche, die tatsächlich seine Mützen tragen oder seine Fahnen schwenken. Und kaum einer hat gesagt, Trump ist ein sympathisch, moralisch integerer Mensch. Im Gegenteil, viele sagen, wir wissen, der Mann ist ein Narzisst oder ein Egoist. Die Gläubigen wollen nicht, dass ihre Kinder den gleichen Wortschatz verwenden wie er. Alle sind sich einig, Trump hat da ein Defizit. Aber, und das ist das Entscheidende, aber sie sagen, Ihnen ist das Thema Wirtschaft, niedrige Preise, Inflation, das ist Ihnen ganz wichtig. Und da sehen Sie eben die große Kompetenz bei Trump. Und deswegen wollen Sie sich für ihn entscheiden. Danke, Gudrun. Nach Rocky Mount in North Carolina.